Aufnahme, 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 yeah, noch einen. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag. Danke, liebe Dater. Zu einer Läubleu-Folge ich damit sehe, Halloween. Ich mach grad D-Trick. Okay. Ich kann grad was anderes sagen. Du darfst reden? Ja, du darfst reden. Achso, ich musste lachen, ich hab nix mehr. Guck mal, Leute da draußen und alle haben wir reden. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Samstag. Einen schönen Anfangsbreitag gehabt. Ihr habt ein schönes Wochenende gestartet. Ja. Ja. Was spielen wir hier? Wir spielen, genau. Ähm, ich hab das letzte Spiel verloren letzte Woche. Sonntag. Und wir spielen Pika-Po. Pika-Po. Doch, Pika-Po, ja. Wie ihr schon seht. Ähm, der eine ist sozusagen der Hunter, der Jäger und der andere, äh, wird sozusagen ein Gegenstand hier. Äh, und der Jäger muss halt eben den Gegenstand finden und dann eben anschießen und töten. Äh, wir spielen, äh, fünf Minuten. Äh, best of five. Jetzt eigentlich insgesamt best of five oder in dieser Runde best of five und dann dreimal. Ne, wer zuerst da oben drei Punkte hat. Also nicht da oben. Okay, weil danach hab ich gesagt, dann spielen wir ja, muss man aber noch kurz rausgehen, weil dann spielen wir ja mit den, äh, mit den richtigen Leuten dann. Achso, meinst du das? Ja. Okay, ne, denn, äh, zählen wir das hier als einen Punkt, oder? Ich weiß nicht, wie möchtest du das gerne zählen? Ja, hätten wir, ja, hätten wir doch bequatschen sollen. Haha, Leute, wir sind voll. Voll vorbereitet. Wie immer. Wir sind voll vorbereitet. Ja, wie machen wir das jetzt? Also, äh, wir spielen jetzt hier diese eine Runde, wer hier zuerst drei Punkte hat, hat diese Runde gewonnen. Und danach spielen wir mit anderen. Ja, oder wir lassen's. Mal gucken, wie wir fresh sind. Ja, wir spielen jetzt erst mal, äh, erst mal los. Wer hier zuerst drei Punkte erst mal hat, soll das erst mal das erste. Also ich kann grad nix sehen, ist der Armagnac. So. So. Kann's losgehen wie Hl, drücke Hl, um das Spiel zu starten. So, wir wissen natürlich voneinander nicht, wer gleich der Jäger wird, deswegen. Ähm. Alles, was hier so aufblitzt, sozusagen, da kann man sich verstecken. Ja, oder auch nicht. Doch, jetzt hat's funktioniert. Oh, was ist das hier? Ach, hier hört's auf. Ah, okay. Also der ein oder andere kennt das wahrscheinlich schon. Oh, nur noch neun Sekunden. Aha. Äh. Äh. Oh, nein. Hab ich hier grad runtergefallen. Also ich hab dich ehrlich gesagt noch nicht gesehen bis jetzt. Oh, ich bin Jäger. Ich bin Jäger. Ich bin Jäger. Bin Jäger. Bisschen dumm. Du zeig für vier Minuten Zeit, Leute, um ihn zu finden. Ja, bei mir steht immer noch Warte auf Spieler. Echt? Ach. Aber ich seh dich. Glaub ich. Nämlich hat sich da was bewegt gerade. Na gut, dann hast du halt die Zeit. Ist ja okay. Ist ja vollkommen okay. Hm. Das heißt jetzt die Frage, Alter, natürlich ich... Wieso? Ach, warte mal. Ich muss jetzt halt durchhalten, ne? Also ich seh hier auf jeden Fall jemanden gerade langlaufen. So ein Typ, der hat so ne blaue, ähm... Leuchtet hier bei mir ne Bank und du bist das nicht? Ich nicht. Hm. Also ich glaube schon, dass du das bist. Aber nicht die ganze Zeit stehen bleiben, ne? Das ist auch ein bisschen unfair, weil die Karte ist bestimmt auf mehr Spieler ausgelegt. Ja, ja, natürlich. Also prinzipiell ist... Ich kann auch das hier machen. Warte mal, hörst du mich jetzt wieder? Dann hupen. Ist auch geil. Ich hab mich gehört. Ich hab mich gehört. Okay. Die haben blöde Sicht hier. So doofe ist da hinten... Leuchtet bei mir ne Bank. Ja, die scheine ich ja nicht zu sein. Also ich geb dir mal nen Tipp. Ich bin keine Bank. Ist so ein hässiger Fisch hier? Kann man auch ein Fisch werden? Wir müssen... Ah ne, dann steht... Ah ne, dann steht... Ah, steht... Das Problem ist halt, sich hier zu bewegen, ist halt echt gefährlich. Weil hier halt sich nichts bewegt. Ja. Und sobald da halt hier irgendwas halt ist, ne, ist halt echt gefährlich. Was cool wäre, wenn sie bei... Wie sie bei Move to Box gemacht hätten. Ähm, dass man sich nach, weiß ich, nach 30 Sekunden oder 40 Sekunden bisschen bewegen muss. Oh, okay. Weiß halt auch nicht, wenn du jetzt hier auf ne Ecke kommst. Das ist natürlich auch sehr obvious. Ich... Also ich habe mich bewegt. Ja? Ja, ich... Also ich würde nicht so viel verraten. Ich habe mich nicht sehr weit bewegt. Ich guck in eine Richtung hin. Da stand... Ne, jetzt ist wieder... Jetzt ist wieder... Jetzt ist wieder warm. Also ich habe mich definitiv bewegt. Allerdings nicht sehr schnell. Eieieiei. Also nicht sehr weit auch. Wir geben nur einen Hiken noch. Ich hab ja noch Zeit. Oh, es hat ausgeschlagen. Hat ausgeschlagen. Hier bist du irgendwo. Hier bist du irgendwo. Es hat ausgeschlagen. Das halte ich für ein Gerücht. Oh. Doch. Irgendwo hier bist du. Muss ich alles anschließen hier? Oh, ich höre dich doppelt. Ich höre dich doppelt. Ich bin bei... Das ist ja geil. Ich höre dich, Alter. Kannst du mich hören? Ja, ich habe doch... Ich habe doch... Bevor wir ange... Nein, ich habe keinen Schuss mehr. Warte ich hier... Ach, man kann nachladen. Okay. Hier bist du nicht mehr. Dann bist du doch irgendwie hier. Du hast dich jetzt wegbewegt. Vielleicht. Nein! Doch, da ist... Oh! Es ist irgendwie vor der Flinte gelogen. Alter. Ja, du standst direkt vor mir. Alter, das finde ich schwierig. Das finde ich tatsächlich schwierig. Weil wenn er nicht... Wenn er dich einmal hat, dann bist du nämlich eigentlich am Arsch. Deshalb ist das mit dem Bewegen natürlich auch nicht so... Geil. Ich habe gerade so... Geschrien. Witzig. Und... Das ist die Frage, ob ich jetzt Hunter bin. Oder was werden wir gleich wissen? Wie kommen Sie? Ja. Ich bin jetzt Hunter. Alles klar. So, was war das Radar? Das Radar war die 1. Okay. Ich... Ich traue mich nicht zu sagen. Ist aber schwarz. Ich kann ja trotzdem quatschen. Ja. Ja. Quatschen kannst du trotzdem, ja. Das ist so irre. Oh! Schlägt nichts aus. Was ist denn das hier? Das ist ein Lebensplan. Oh, ist entspannt. Ja, als Verstecker ist es natürlich immer spannend. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht, wenn das ausschlägt. Ey, das macht rechts unten so einen Ton. Oh, ich wollte dich wieder doppelt schießen. Hm. Das ist toll. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Was sind die zwei eigentlich? Was machen die? Ah ja. Zwei ist, glaube ich, die Bombe, ne? Also Leute, ich habe mich schon bewegt, ne? Wollte ich nur mal sagen. So ist es nicht. Noch nicht gesehen. Ich sehe übrigens keine Zeit. Wie lange ist noch die Zeit? Links oben siehst du die. Ja, da steht bei mir 9-0-0. Echt? Du hast noch 3 Minuten 44. Ja, danke. Schön, ich will um die ganze Hand in die Ecke gucken und mache den Kopf so hin und der, Alter. Das ist total bescheuert. So, ich bewege mich wieder. Ich bewege mich wieder. Ich bewege mich wieder. Ich bewege mich wieder. Dass ich hier heiße. Uh, uh. Warte mal. Komm, Risiko, Risiko. Nein, jetzt bin ich umgekippt. Oh, jetzt stehe ich wieder. Weil ja umgekippt sieht ja ein bisschen dumm aus. So, ich gucke mal hier. Okay, okay, okay. Warte, warte. Ich traue mich nicht. Soll ich da rüber, Leute? Soll ich da rüber? Soll ich da rüber? Soll ich da rüber? Soll ich mich bewegt? Also die Vorscheineer myślę. Neils sprechen? Genau mach mehr. Nach einer Stelle der Huizen ist sie ja unten nichts, oder? Alter, zehnURft, mit einem alle anderen. Kuck mal. Ihr seid aufgerührert zu wissen? Also, was ich höre. Ist das denn? mit einer entspannte Mucke. Warte mal, ich fahr mal, genau. So, gehen wir mal dahin, mal gucken. Mal wieder zurück. Okay, hier ist er nicht. Man muss sich echt überlegen, wo man sich hinstellt, dass es sich nicht auffällt eigentlich, aber als Jäger ist das einfach zu viel. Ah, da ist er! Hier war ich endlich schon. Gebe ich doch endlich alles ab. Ich schwätze gerade. Verarscht mich gerade, das weiß ich ganz genau. Der sieht mich und reagiert darauf. 100 pro. Augensam Blödsinn macht er gerade. Jetzt hast du ihn wieder ausgeschlagen. Das ist gemein, Alter. Ich bewege mich, aber zum Glück. Wie ich ihn nicht sehe. Irgendwie wie Counter-Strike. Wollen wir es doch nicht hören? Ja, genau. Schieß, schieß, schieß. Eine Minute zwanzig hast du noch. Ich bewege mich gerade die ganze Zeit. Ich bin... Darf ich nichts verraten? Das ist ja die Scheiße. Ach, du schießt, aber ich höre dich gerade im Spiel nicht. Also du bist... Alter, warum gebe ich dir eigentlich Tipps? Ich vollidiot. Wo ist denn der, bitteschön? Kann ich gucken? Den kann ich nicht. Dieses Scheißding hier schlägt aber auch nicht aus. 55 Sekunden hast du noch. Das schlägt aber... Hier war ich schon. Das ist Quatsch. Vielleicht war ich da schon. Vielleicht bin ich da jetzt. Oh Gott, Alter, ich kenne diese Musik. Nee, nee, nee. Alter, hier kommen 40 Sekunden noch. Und, komm da rüber, komm da rüber. Ja, 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 ja. Und da rüber? Und? Eine Kiel? Ja, okay. Doch, doch, doch. Mach ich, mach ich, mach ich. Ach, rüber. Ah, au! Zurück, zurück. Ah, ich bin oben gefallen. Ah, scheiße. Und Josi, halt doch deine Klappe. 18, 17 Sekunden hast du noch. 12 Sekunden. 11. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 11. Brick Brazil hat gewonnen. Guck ma, hier bin ich. Juhuhu. Wo standest du denn? Sag ich den nicht! Warum steht's denn jetzt 1, 1? Ja, weil Hunter und ... Also boxes, also okay. Also jetzt habe ich die Runde schon gewonnen. Dann steht doch wohl 2, 0 für mich. Also nicht, jetzt muss er noch ein drittes, ne? Ja, genau. Ein drittes muster, ne? So, bin ich ... Ich kann eigentlich eigentlich stehen bleiben. Weil ich müsste hier laut Adams Riesenpenisouvert ... äh ja jetzt äh äh Hunter sein, ne? Ja ja, müsstest du eigentlich. Wenn das so funks genuckelt. Wenn das so funks genuckelt, ja. Müsstest du das sein, ja. Ja, ich bin Hunter, ich bin Hunter. Eins, zwei, drei, ich komme! Und, oh, ausgeschlagen. Was hat gerade gepiept? Irgendwas hat gerade bei gepiept. Gepiept? Du hast sie piept. Ich hab gepiept? Ja. Ach, guck mal. Ach, du schallt bis Vero. Oh. Ah, das muss ich mir merken hier. Seid sehr faszinierend. Ja, schon wieder hat was gepiept. Irgendwas ist mit deinem Sound komisch. Ja, schon wieder gepiept. Ich glaub, bei dir piept's. Nein, das kommt über, das kommt ja über TeamSpeak. Du schlägst bei TeamSpeak aus, wenn's piept. Okay. Interessant. Eins, zwei, drei, wo bist du? Und da nicht. Ach, das Radar könnte aber auch ein bisschen schneller gehen, wa? Ja, das dauert ganz schön lange, das Radar. Es ist halt echt nicht einfach hier jemanden zu finden. Ach doch, pass auf. Äh, du hast es ja hingekriegt, ja. Ja. Oh, oh, oh. Jetzt müsstest du vielleicht mich schon sehen, ne? Nö. Nee? Aber hier ist es... Die Drille verste... Ah, aus! 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 Ich weiß nicht, warum du mich doppelt hörst. Keine Ahnung. Gibt hier auch keine Einstellungen dafür. Spiel beenden. Spiel beenden, okay. Wollen wir jetzt Anzahl Spieler 16 und 8 Jäger machen? Aber naja, okay, dann ist die Frage, wie machen wir es mit der Punkteverteilung, wenn wir beide Jäger sind, ne? Das ist doof. Ne, also wir müssen schon 1 gegen 1 machen. Ja. Dann würde ich, genau, äh, Passwort City, äh, ne, du bist auf Dingsrooms drauf, ne? So, wir machen jetzt mal Tag. Vielleicht ist es ein bisschen angenehmer. War es gerade noch? Oh, wirklich. Wow, wow, rest. Wow, rest. So. Wenn ich jetzt gewinne, hab ich das Spiel gewonnen. Oh. You are ready? Ey, dude, you are ready for Western-Style? Ja, äh, Moment. Please, Moment, Moment. Ich, 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 du musst dir deine Wacken zurechtstutzen. Jetzt kann ich mich bewegen. Jetzt ist okay. Okay, ich drücke auf L wie Large. So, ich, äh, versteck mich mal, weil wir wissen dann wieder nicht, äh, äh, wer der Jäger ist. Oh, mit den ganz vielen Häusern ist aber jenschen gemein. Nehmen wir mal, nehmen wir mal das Jäger ist nicht so öffnig. Jetzt bin ich ein Stuhl. Ey, Alter, was ist dat? Jetzt hab ich's auch noch gesagt, ich vollidiot. Oh, ich glaub, ich bin der Jäger. Aber ich klicke dat an da. Habt ihr je gesehen? Also, wenn ihr oft bei mir seid. Ich hab dat an, ich klicke und bin dann darüber gewandert. Was ist dat denn? Ich hab keine Ahnung, was ich bin. Ich kann mich auf jeden Fall nicht, ich kann, oh gut, ich konnte mich nicht bewegen gerade. Ja, jetzt weißt du, was ich bin. Dat ist doch jetzt Käse. Du bist ein Stuhl. Ja. Möchtest du dich nochmal verstecken? Ja. Dann, äh, 5, 4... Nein, wie, ich hab Abklingzeit, mach mal. Stimmt, ich kann mich ja verwandeln in was anderes. Ich hab aber Abklingzeit. Aber... Ne, dann lauf ich jetzt hier erstmal rum und guck mir die Map an. Geht zwar jetzt alles von meiner Zeit ab, aber was soll's. Ne, wieso? Mach doch, ich kann mich doch verwandeln. Das ist doch alles gut. Wie groß ist denn dieser Scheiß, Mann? Geht dat hier noch hin? Wahnsinn. So, kann ik jetzt? Jetzt bin ik auch wieder... Ey, wie komm ik jetzt? Also ik bin was anderes jetzt, ja, aber... Ik steh da... Ne? Ik... Ja, ps... So, das ist ja überhaupt nicht unauffällig, wenn ik mich jetzt damit bewege. Ah! 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 Ich... Oh, nein! Oh, Mensch, Abo, wenn du das jetzt nicht siehst. Weißt du, wie groß die Map ist? Ach ja, man kann ja springen. Oh, ik hang fest. Ik hang... Ik hang fest. Ey, komm, ich hab dich gesehen, Daniel, Alter, nee. Ach, guck mal, hier draußen sind ja auch Stühle, okay, das wäre ja nicht so unauffällig gewesen. So, guck mal mal ein bisschen hier rum, wa? Auch ein bisschen die... Oh, ein bisschen... Aber das ist... Aber damit rumzulaufen, Leute, das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Oh, hier... Ach, darf ich ja nicht sagen, wo ich bin, ne? Ist aber wirklich ganz schön ein großes Ding, ne? Sieh, man, bist riesig. Ich sehe auch sich nichts bewegen, doch. Was sind denn diese komischen Pfeile hier eigentlich immer? Mann, ich will... Ich will... Na ja, jetzt bin ich... Ich bin hier total blind. So. Sehen nicht... Oh, ich springe gerade. Ah, ja, okay, ah. Jetzt häng ich... Ich häng... Warum kann ich... Hallo, ich will springen. Danke. Geht's ja auch noch überall rein. Oh, leck mich doch am Arsch. Jetzt hare ich und schwitze ich. So, ich bin mal nicht so gemein. Ich bin jetzt mal in deine Nähe gekommen. Jetzt bist du in meine Nähe gekommen. Jetzt hast du auch noch Obvious. Was? Obvious? Obvious. Also... Was Kant. Dann... Sprech Deutsch mit mir. So, 22 hast du gleich noch. Und ich hab mich dreimal verwand... Ne, zweimal verwand... Dreimal... Zweimal? Wiss ich schon ja nicht mehr. Ja, halt doch. Ach, ne? Ey, wenn du halt hier drinne bist und das Ding schlägt aus, ist dann halt, ne? Feierabend. Ah! Ah! Äh, äh, äh! Warum bewegt mich denn auch, Mann? Bewegen hab ich nicht gesehen. Du hast dich grad verwandelt. Ja. Das hab ich gesehen. Oh! Ich hab gesehen, wie du dich verwandelt hast. Also, ich hab... Weil das macht immer so ein Rauchding, weißt du? Das hab ich gesehen. Ingwer-Tee, komm runter. Ich komm runter. Shh! Du bist der Jäger, Wiesel. Du bist jetzt der Jäger, ja. Das ist... Nochmal einen Schluck. Nochmal einen Schluck Leistungstrupp. So, soll ich mir jetzt 20 Sekunden jetzt nicht bewegen? Aber ich sag mal so, du, 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 du... Oh, Feuerwehr. So, ich bewege mich jetzt 20 Sekunden nicht. Ah, du bist am Anfang, äh, echt an mir vorbeigelaufen, ne? Wo ich noch der Stuhl war. Ja, ich hab ja am Anfang nichts gemacht. Also, ich sag bitte nicht, dass der Saloon zwei Stöcke hat. Also, nicht zwei Eierstöcke, sondern zwei... Hat man denn Stöcke? Also, zwei... Ein OG? Ja, hat's sogar. Also, es gibt hier auf jeden Fall halt... Äh... Ich könnte einfach ganz gemein sein, einfach rumlaufen und schießen... ...und dann hör ich einfach, wo du bist, weil ich dich halt doppelt höre. Ich guck mal, ob hier TeamSpeak ausschlägt. Nee, ich hör leider nix. Das ist ja auch ein bisschen lame. Eins, zwei, drei, baue ich sie ein Piep einmal. Hast du ja? Nee. Mit Höko schon, weiß ich nicht. Kannst ja C drücken. So, gehen wir mal in die Kirche. Hallo. Kannst ja hier C drücken, dann machst du ja hier so eine... C drücken? Achso, du, ja. Ja, ich ja. Alter, ich steh draußen, wo nur Busch ist, weißt du, und drück trotzdem Radar. Ja, ist ja nicht schlimm, dann hast du ja noch Zeit, um wieder zurückzukommen. Ja, ich hab was gehört, so boink. Ich werde vielleicht das eher machen, als mich zu bewegen. Dann weißt du zumindest, du bist so ungefähr irgendwo bei mir in der Nähe. Aber ich muss sagen, dass man das... Leute, ich verrate mal nix. Ich verrate mal nix. dass man das sogar sehr weit hören kann. Wenn wir das Spiel hier fertig gespielt haben, dann werde ich ihnen was sagen. Spiel hier fertig gespielt haben? Ja. Okay. Also, irgendwo hier musst du sein, weil hier hat's boink gemacht. Ich spiel... Ah, ich hab dich irgendwo, irgendwo hier. Irgendwo hier bist du. Ja, ich hab dich irgendwo, weil ich... Okay, bist du hier noch in der Nähe? Aber hier drinnen bist du nicht, also bist du vielleicht hier draußen? Nachladen, Alter, jetzt echt. Oh, ich hör mich, ich... Oh, jetzt hat er sich gemuted wahrscheinlich, pass auf. Ich hab dich nicht gemuted, nein. Gemutet hab ich mich... Das ist die Frage, ist man... Ja, bist du oben oder unten? Oh, nachladen. Aber hier ist ne Flasche im Bett drin, ne? Das wär so mein Versteck, so ne Flasche im Bett. Oh, das ist ja gemein. Kann man hier die Bücher hier anwählen? Das wär ja richtig gemein. Oh, nee, nee, du bist weg, du bist weg. Du bist weg. Du bist weg. Okay, du bist weggelaufen. Du bist weggelaufen. Vielleicht. Ja, aber du bist weggelaufen. Da bist du, irgendwo hier bist du. Irgendwo hier bist du. Nein, ich muss fliehen. Er muss fliehen? Warum seh ich ihn nicht? Oh, Alter, das war knapp. Was denn, kann er ja nur hier... Ist er hier vielleicht drin? Oh, nur noch 1,30 hab ich, Leute. Nur noch 1,30. Alter, das ist jetzt gerade hier ganz schön. Oi, 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 oi. Nee, hier ist er nicht. Der ist noch da hinten, oder? Ja, hier ist er irgendwo noch. Dich nicht gesehen. Weil hier... Kannst du auch ein Stein sein? Nein! Im Busch drinne, Alter. Ein Stuhl. Mega versteckt. Ein Stuhl im Busch. Jetzt muss ich mich wieder verstecken. Steht 1,1, Leute. Ach, scheiße, ich hab dich gerade gesehen. Guck mal auf den Boden. Du hast mich gerade gesehen. Ja, wo du losgerannt bist gerade. Also ich hab dich noch nicht gesehen, dass du dich verwandelt hast. Ich hab dich noch als Mensch gesehen. Guck einfach mal auf den Boden, ne? Oh, 10 Sekunden noch. Oh, shitty. Ach so, ich würde übrigens vorschlagen, dass wir jetzt insgesamt auch Best of Sweet machen, ne? Also solltest du das jetzt hier gewinnen, hast du gewonnen. Nein, jetzt bin ich nochmal Hunter. Ich hab mir... Ich war eine Sekunde zu spät. Oder hast du dich jetzt in etwas verwandelt? Bist du irgendwo reingegangen? Nein, ne? Ne, ich hab mich nichts verwandelt. Jetzt bist du auch Hunter, ne? Ne, einer ist Hunter, einer ist Prop. Nein, ich bin Hunter. Ich bin ein Mensch. Ein Mensch bin ich auch. Aber ich kann mich verwandeln, ja. Ach so, okay. Na, jetzt läuft die Zeit schon. Okay, warum hat man das... Hä? Ich war zu spät. Ich war zu spät. Ach so, du hast dich in nichts verwandelt und deshalb... Nein, 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 nein. Wollen wir noch in die Runde starten? Ne, mach ruhig. Dann machen wir das nochmal so und dann bin ich halt nochmal Hunter. Hast du dich verwandelt schon? Ja, hab ich. Ich krieg dich, weil Hunter kann nicht. Hunter kann dich. Oh, er hat einer gesagt. Okay, dann muss er hier irgendwo sein. Dann ist jetzt das verstanden. Oh, er... Oh, er... Oh, er... Warte, warte, er... Ja, guck mal, was er... Oh, er ist so gemein, dass... Dass man... Alter... Hab ich hier einen Busch versteckt? Oh, er hat nicht ausgeschlagen. Er hat nicht ausgeschlagen. Warum nicht? Unglaublich, wie der schon wieder einfach mal instant bei mir ist und das Ding drückt. Das ist der absolute Oberwahnsinn. Hier ist er irgendwo, hier ist er irgendwo. Was kann er denn hier sein? Warte mal. Sogar hier im Busch ist er nicht. Muss ja irgendwas im Haus hier sein. Im Haus ist er nicht... Kann nicht sein, weil wenn ich hier draußen stehe... Oh, Leute, ey. Wenn ich hier draußen stehe, geht das da rein? Oh, er ist... Oh, er ist hier nicht mehr. Er ist hier nicht mehr. Er ist hier nicht mehr. Er hat nicht ausgeschlagen. Er hat nicht bewegt. Alter. Alter, Gülle! Weg, weg. Einfach nur weg hier. Wer bewegt das nicht? Scheiße, ich sehe ihn nicht. Uiuiui. Scheiße! Aber mir fehlen leider 30 Sekunden von Anfang. Scheiße! Mensch, beschäftige dich doch mal die Leute da draußen. Ich muss mich konzentrieren, Leute. Ey, Abo. Ja, ich weiß aktuell zum Glück nicht, wo du bist. Also irgendwie... Ne, 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 ich bin auch in falsche Richtung. Ich habe dich abgehängt erst mal. Ich weiß selber gerade nicht so richtig, wo ich hier gerade bin. Oh. Ne, hier ist... Hä? Von da kam ich doch. Oh, 1.40 nur noch. Ne, aber hier ist auch schon wieder. Hat der Weg ja noch nicht so. Du hast dich bewegt gerade, ne? Wieder? Kann das sein? Ähm, ich bewege mich jetzt gerade, ja. Oh, ne, hier ist... Oh, Leute, 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 Leute. Ich brauche den Punkt. Aber eigentlich schon gesagt, wie viel steht insgesamt? Ja, 1,1. Nein, insgesamt schon wird es... Äh, 7,6 für dich. Wissen nicht. Aber was gesagt? Oh, nein, jetzt bist du ganz weg. Ah, Mann. Ich war wieder bei dir in der Nähe. Ist doch kacke. Das kann man so sagen, ja. Ja, 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 ja. Ne, hier wieder nicht. Mensch. Alter Falter. Alter Falter. Du bist über mich drüber herlaufen. Kann nicht sein. Das kann nicht sein. Doch, vorhin, wo du, äh... Also vorhin, jetzt aber nicht. Ne, jetzt aktuell nicht. Ne, da hinten bin ich nicht, wo du gerade bist. Also ich sehe dich nicht wirklich. Ich sehe bloß immer die, 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 die einspammen sozusagen. Das ist so alles, was ich so sehe. Ich habe nur drei Sekunden. Oh, scheiße. Ich hatte dich. Ich hatte dich. Ich hatte dich. Ja, du hattest mich, Tatsache. Du bist wahrscheinlich hier ganz weit hinten, wo... Du bist wahrscheinlich hier drin. Pass auf. Ne, hier ist er nicht. Wohin geht denn diese Map hier, Alter? Ja, die ist scheiße groß, die Map, ja. Aber da hinten an der Mine... Ne, ne, ne. Kriegt sich nicht fünf Sekunden noch. An der Mine bin ich nicht. Nee, ich hatte dich. Also ich bin jetzt an der Kirche hinten. Ach, da, okay. Ne, da bin ich nicht hingelaufen. Aber am Anfang, wo du ausgeschlagen hast, da lag ich... Es war so ein kleines Holzstück, was hier lag. Okay. So, ich verstecke... Ne, steht 2-1, ne? Also 1-1 steht es jetzt gerade. Also müssen wir das nochmal in der Runde spielen, ne? Ne, steht 2-1. Ja, wir müssen noch... Also ja, das ist ja best of five hier. Du musst dich jetzt auf jeden Fall verstecken. Also hier steht es jetzt aktuell 2-1 für mich. Ich habe ja einmal als Jäger dich gefunden und jetzt hast du mich einmal nicht gefunden, wo du Jäger warst. Jetzt warum bin ich... Alter, ich kriege die Requisit nicht, die ich haben will, ne? Ja, das habe ich aber auch das Problem manchmal, dass ich die teilweise nicht bekomme. Aber du hast dich schön ausgedrückt, die Requisite. Dadurch weiß ich jetzt natürlich nicht, was du bist, ne? Ja, du, ich bin nicht... Ich bin zwar doof, aber nicht... Naja, du hast es ja schon nicht, auf dich schon zu verklammern, ne? Ja, das stimmt. Stuhl-Ball. Aha! Das ist... Warum habe ich das hier... Warum habe ich das hier neu, Leute? Tja, okay. Ich... Ich will hier weg, ich will hier weg. Ich fühle mich hier nicht wohl. Nein, dann scheint das sehr offensichtlich irgendwo zu sein. Das heißt, wenn ich ihn finden würde... Du bewegst dich gerade. Was? Bist du dich? Nee. Das ist halt hier alles. Gibt es aber auch so viele Möglichkeiten, ne? Oh, 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 oh. Was haben wir hier? Was? Was? Okay, hier nicht. Aber da kann ich jetzt auch wegbewegt haben. Shit. Oh, 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 oh. Ist der hier drin? Ist der hier irgendwo? Oh, alter, was ist denn hier? Hier war ich noch gar nicht drin. Nee, das war ich. Okay. Oh, ich hatte ganz... Oh, Leute. Shit. Oh, Alter, das kriegst du ja Hetzelfakt, Alter. Der Blöde ist, er hat jetzt noch so lange Zeit, ne? Das ist ja die Kacke. Ja, das mag sein. Wo bist du hin abgehauen? Also, ich hab mich ordentlich bewegt, deswegen... Scheiße, jetzt mal und bleib hier einfach stehen. Ah, schwierig. Okay, ich bewege mich wieder. Irgendwie ist... Es ist spannend, wenn man sich halt bewegt. Er war im Saloon auf jeden Fall. Ja. Oh, wenn man die blaue Blase so sieht, und man bewegt sich, alter, das ist... Was ist eigentlich mit diesen komischen Pfeilen hier immer? Dann läufst du schneller. Ah, ja. Wenn du, äh, die Pfeiltaste noch... Also, hier, äh, über SDG drückst, dann läufst du auch schneller. Oh, alter, die blaue Blase, ne? Das ist so... Bitte benutze sie gerade nicht, bitte benutze sie nicht. Okay, das war nicht gelaufen. Ja, ich benutze sie immer dann, wenn's halt geht, ne? Boah, ich bin die Sprung, Leute. Aber wo ist der hingelaufen? Ich bewege mich ziemlich viel, alter. Ich will mich eigentlich nicht so viel bewegen. Ah, das Problem ist halt mit dem Bewegen... Oh! Es gibt hier sehr... Es gibt hier sehr viele tote Winkel. Ja, 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 ja. Scheiße, ich dachte, da hinten bewegt sich was, aber es ist ja fucking Zug, man. Boah, ich bewege mich gerade blind, ne? Ich hab nicht nach hinten geguckt, wo du gerade bist, Alter. Ich bin nicht doof. Hast du noch 1,30? Äh, oh, ich seh's gerade, Tatsache selber. Hier. Jetzt wird gerade angezeigt. Oh, Leute, 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 Leute. Der ist noch nicht, oder? Das ist Feuer. Kann man noch hingehen. Eieiei, Alter, nee. Alter. Auch auf jeden Fall. Hier bin ich noch nicht gewesen. Ist ja hier drinnen. Kannst du mir nicht vorstellen. Das ist theoretisch... Wem ist das der mich hier auch sieht über die ganze Map, ne? Das ist wahrscheinlich... Du siehst mich doch 100 pro, oder? What the fuck? Wo ist der hier? Nein. Alter. Oh, meine Fresse gerade. Ich dachte, was ist der denn? Oh, das war's aber. Das war's aber. Weil dann steht's jetzt 3,1 auf der Map. Okay, gibt's ne Entscheidungs-Map. Oh, das wird ne lange Aufnahme. Sorry, Leute, aber es ist egal. Oh, das wird wirklich ne lange Aufnahme. Ah ja, müsst ihr durch. Vielleicht karte ich's ein bisschen zusammen für euch. Ach, Quatsch. Die großen Profis machen's auch nicht. Das war immer alles so in den Hintergrund gesetzt. Und wir kommen zurück. Ein kurzer Cut... 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 Na, so. Enteilungsspiel. Best of 3. Auf, los geht's los. Boop. Okay, versteckst du dich jetzt schon, oder? Ja. Weil dann warte ich, dann bin ich als erster Jäger. Weißt du, dann mach ich's nicht. Hört, ich bin ich zu viel mehr. Tum, 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 tum. Woal bin ich denn jetzt? Ja? Nee. Ich wollte den vorderen. Ist egal. Ich wollte den vorderen. So. Die Map kennt man halt gar nicht. Aber die ist sehr, sehr... Hier kann man nicht weit gucken, wie gerade eben. Es ist die Kacke, wenn man sich hier bewegt. naja du siehst ja den jäger dennoch weil er hatte diese blase ja das stimmt stimmt ok ich bin jäger ich bin jäger leute ich bin jäger ok ich bin jäger dass ich mich vielleicht doch verstecken soll ach so hast du nicht okay ich hab's gerade noch so geschafft ich stehe mir dann bin da wo ich am anfang auch stand also wenn du nicht weiß wo ich war ja dann 436 bewegt ich noch mal ich gucke auf den boden sagen wir nicht anfangen kannst anfangen in 321 also knapp 40 sekunden hast du hat denn das muss ne versteht irgendwas wollte ich 40 sekunden muss ich dann ungefähr warten ja also genau 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 wie dann nach die runde das versteck ist eigentlich nicht 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 geile tatsache auch hier in der nähe ist er weil ich glaube wenn er das nicht bin ich ziemlich am arsch gesagt auch hier ist irgendwo das ist auch geht es bis zu drüben wenn aber was denn du bist du bist hier drauf und ich bleibe hier auch stehen alter und dann kannst du nicht in die weg sehen ob ich weg kann nein ist schon wieder wie hast du dich nie hat jeder sagt hier heißt du bist doch hier irgendwo mann vielleicht vielleicht auch nicht warum schlägt der ding jetzt nicht aus man radar geht doch mal schneller hier und nein auch mal nein ich habe ihn wieder verloren der kann er nur wie kann ich denn auf zwei steaks ihn verlieren das geht doch gar nicht es war echt knapp aber das geht doch nicht hast du es auf jeden fall geschafft mich zu verlieren wieso schlägt er Ach man, 1,50 noch Alter, wie behindert muss man sein Der ist auf ein Steg drauf Und er kriegt sich da raus Gedingst, Alter Also ja, es war echt knapp Muss ich dir sagen Mann, Alter Du hast mich auch Berührt Alter, die ist so Aber er muss Hier irgendwo muss er sein Hier irgendwo muss er sein Muss ein Scheiß, muss ich Oh, nur noch eine Minute Ah, es wird knapp Nee, hier ist er nicht Also muss er hier irgendwo sein Ist er wieder auf dem Steg zurück, der kleine Arsch? Oh oh Nee, es ist wieder Nee Ist er hier irgendwo? Irgendwo hier ist er Irgendwo hier ist er Was ist die Kunden? Mann, irgendwo hier ist der kleine Pisser, Mann Hat er sich von hier wieder wegbewegt Es geht doch nicht Alter Es geht doch nicht Ja, scheiße Boah, Alter Du warst so oft So knapp direkt vor mir Fuck off Okay, ich gucke auf den Boden Verwandle dich in irgendwas Alter Scheiße Das war aufregend Ich schon wieder ein bisschen Hals So, wäre verwandelt Aber muss er eh noch für die Sekunde stehen Ja, ich gucke mir hier 40 Sekunden den Boden dann noch mal länger an Ja, ich bin, weiß nicht, bin Jäger, Freund Ach komm, mach, mach, mach Nee, komm Also wenn du nur noch ein bisschen möchtest Außer du sagst, dass du hast jetzt dein Versteck Und das willst du nicht mehr ändern Nö, ich glaube, wie gerade oft bei der Karte hier muss ich rum Ja, aber da kannst du meinetwegen, äh, jetzt Ne, sind es erst 20 Sekunden eigentlich Ja, ja, ich bewege mich noch nicht bis jetzt Ach, da oben steht ja auch cool und Da oben steht cool Also wird, wird Ah, der zeigt mir auch an, wenn ich in der Nähe bin Okay, dann jetzt ein 3, 2, 1 Eckstein, Eckstein Alles muss versteckt sein So, hier hinten So, hier habe ich mich nämlich versteckt So, hier hatte ich mich versteckt Da ist er nicht Okay Hier, was hier nehmen Hier steht auch jede Menge rum Haben wir hier irgendwas? Du siehst cool aus Aber du wirst es nicht Was ist das? Ja, Mann, ich wollte über den Zaun darüber Oh, jetzt muss ich gewinnen Hier, den Jäger Sonst hast du, sonst hast du das Spiel gewonnen Also macht die 50 Minuten Aufnahme keinen Sinn Oh, dann macht die keinen Sinn, weil du dann verloren hast? Hä? Ja, ja Hä? Was ist jetzt mit dir los? Klar, macht die Aufnahme keinen Sinn, weil ich verloren habe Ach so, gut Na dann Oh, Mann, Alter Oh, hallo Hast du mich eigentlich gesehen gerade? Hast du dich versteckt? Da ist ja noch zwei Sekunden Ich bin schon wieder Jäger Echt jetzt? Ja, ich habe mich natürlich jetzt nicht versteckt Aber ich hatte mich versteckt Vielleicht ist das auch random Aber gut, das gleicht sich ja auch aus Ich glaube, in der ersten Runde hast du ja auch zweimal Jäger und ich nur einmal Ja, dann ruf ich jetzt mal hier rum und versteck mich Ja, ich lass bis vier Minuten runtertickern, okay? Nee, kann's Kann's, kann's Kann, kann? Mhm Okay So, wo sind wir hier? Am Steg Hauen wir uns erstmal die Tür So, der ist Hat hier ausgeschlagen Kann ich hasern Ich dachte, okay Du läufst ja erstmal um die Karte rum Nein, da läufst du genau dahin, Alter 7-7, Leute Fucking 7-7 Ist das nicht ein Traum? Kann ich hasern Boah Vor zwei Erfahrungen hat er noch so rum hier heul Ich habe so wenig Glück Ich habe euch gesagt Uno ist wieder ein Entscheidungsding Ob das Glück sich wieder dreht Und das hat es Und jetzt läuft er mir so in den Arm rein, Alter Das ist ein pures Luck-Game hier Also gut, seine Jäger-Runde vorhin, die war obvious Also auf der Map hier, deine Runde vorhin, die war, die war Wahnsinn Echt Alter Wie ich dir da weggerannt bin die ganze Zeit Halt die Fresse Sag tschüss Sag tschüss Oh, er ist schon raus, Disconnect Ich bin noch im Spiel Achso, echt Bei mir bist du direkt vor mir gerade verschwunden Okay Vor allen Dingen Ich habe die ganze Zeit Ich habe das seit der ersten Runde gesehen Da oben, dass da cool, warm oder kalt steht Und so ein Scheiß, wisst du? Das habe ich jetzt erst gesehen Ja Ich hätte das Spiel gewinnen müssen, Mann Ich voll Haus Das habe ich jetzt erst gesehen Und haben wir dann tatsächlich gesehen So, mhm, warm Okay, dann ist er wahrscheinlich hier irgendwo In der Nähe gleich An nicht wahr sein Ja, 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 ja So, sag tschüss Tschüss Ach, übrigens, ne Hier wieder, ne Mütze Platze Wer es noch weiß Tschüss Okay Bis dann Da oben Kannst du gleich loben Lass die Glocke läuten Lass im Kommentar Wir schwören euch Ihr kriegt von uns Daumenchen auch nach oben Und, äh Wir beantworten eure Sachen Deswegen Schreibt uns voll Kackt uns voll Entführt uns weiter Bis das nächste Mal Wunderschönen Samstagabend Bis dann Tschüssi Tschüss Ach nee, bis morgen Haha Ist das schon bis morgen? Ja, bis morgen, ja Bye, bye Bye, 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 Unibu Bye, 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 bye